Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Hallo liebe Einkaufsliebhaber, hier sind die Extra-Rabatte von Kaufland für den Zeitraum vom 4. bis 10. Juli. Diese Woche erwarten Sie unglaubliche Angebote in vielen Kategorien, von der Küche über Kleidung bis hin zu elektrischen Werkzeugen und Reinigungsprodukten. Besonders an den heißesten Sommertagen sollten Sie die Chance nutzen, Ihr Zuhause zu erneuern, Ihre Küche funktionaler zu gestalten oder Ihrem Kleiderschrank neue und stilvolle Stücke hinzuzufügen. Nutzen Sie diese Woche bei Kaufland mit hochwertigen und langlebigen Produkten zu vorteilhaften Preisen. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns im Kommentarbereich machen, wenn Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Diese Woche gibt es bei Kaufland nicht nur in der Küche, sondern auch in vielen anderen Kategorien große Rabatte. Von Getränken bis hin zu Reinigungs- und Hygieneprodukten können Sie eine breite Palette an großartigen Preisen genießen. Erfrischende Sommergetränke und wichtige Reinigungs- und Hygieneprodukte sind jetzt zu hervorragenden Preisen erhältlich. Mit den Extrarabatten und bestehenden Angeboten in verschiedenen Kategorien erwarten Sie großartige Gelegenheiten. Ihre Einkaufsliste wird bei Kaufland diese Woche noch günstiger und angenehmer. Mit den Extrarabatten und bestehenden Angeboten in verschiedenen Kategorien. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Für alle, die in der Küche Wunder vollbringen wollen, gibt es gute Nachrichten. Bei Kaufland erwarten Sie vom 4. bis 10. Juli große Rabatte auf Küchenprodukte und Küchenutensilien. Für alle, die gerne kochen, gibt es jetzt hochwertige Töpfe, Pfannen, Messersets und viele andere Produkte zu günstigeren Preisen. Auch in der Kategorie der Küchengeräte gibt es unwiderstehliche Angebote für Mixer, Handrührgeräte, Sandwichmaker und mehr. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Küche zu erneuern und noch praktischer zu gestalten. Für alle, die Ihr Zuhause renovieren oder Reparaturen durchführen möchten, gibt es diese Woche bei Kaufland unwiderstehliche Angebote. In der Kategorie der elektrischen Werkzeuge finden Sie Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen und viele weitere Geräte zu günstigeren Preisen. Machen Sie Ihre Reparaturarbeiten mit hochwertigen und langlebigen Produkten einfacher. Alles, was Sie für Heimwerkerprojekte oder Renovierungen benötigen, erwartet Sie bei Kaufland. Nutzen Sie diese Gelegenheiten, um Zeit und Geld zu sparen. Suchen Sie stilvolle und bequeme Kleidung, die zu Ihrem Stil passt? Bei den Rabattaktionen von Kaufland vom 4. bis 10. Juli erwartet Sie eine große Auswahl an Kleidung für Männer und Frauen. Von Sportbekleidung bis hin zu Alltagskleidung, Sommerkleidern und Shorts bis hin zu Accessoires gibt es viele Artikel im Angebot. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, bei der Qualität und günstige Preise zusammenkommen. Erneuern Sie Ihren Kleiderschrank und bereiten Sie sich auf den Sommer vor. Kaufland ist die richtige Adresse. Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Vielen Dank für's Zuschauen.